Nö. Also, weißt du, wo Albert mein Zeug hingetan hat? Er hat's irgendwie in die Kiste getan. Okay, irgendwie in die Kiste. Äh, ja, komm. Hier ist es drinnen. Okay. Das hat niemand anderem gehört. Ähm, ich müsste so zeigen, ich müsste ein einziges, was so drinnen ist von mir, sind die Zäune. So, ich hab jetzt drei Stacks Dreck gefarmt, das reicht. Ich will die jetzt nicht mehr machen. Ich will jetzt in Main. Farmen. Was auch immer. So, da haben wir hier mal ein schönes Hellchen. Boah, Alter, diese scheiß verkackten Durftbewohner. Darf ich sie umbringen? Nein. Ah. Wollen wir die mal irgendwo einsperren, dass die hier nicht immer überall rumrennen? Ja, nee, die soll sich ein bisschen verpauen. Die geilen sich ja an den Türen auch, was ich nie verstehen kann, weil so erotisch sind, ist die Türen auch nicht. Ist das ja die allgemeine Truhe? Das ist ja für jeden Fall, war da mein Zeug vorhin drin. Welche allgemeine Truhe? Na, wo soll jetzt den Dreck abliefern? Ganz bei mir in meine Truhe. Hierhin. Ja, in meine Truhe. Nein, nicht dort hin. Hahaha. Hahaha. Dann hätte ich dich auch mal reingestoßen. Ach, muss ich jetzt gar nicht. Kriege ich hier so ein Iron-Dings da? Was, so ein Iron-Shast-Bad? Nee. Musst du dich ja tauschen. Ich bin der Dominator. Was willst du dafür haben? Will ich nie. Ich würde jetzt erst mal... Also, ich tausche das dann. Ich würde jetzt erst mal vielleicht... Also, ich gehe jetzt erst mal mein. Wenn dann vielleicht ich irgendwo auf eine große Höhle kommen, stoßen würde und es würde dann einer mitkommen, dann würde ich es auf jeden Fall dann praktisch so machen, dass der dann die Iron-Shast-Plate bekommen würde. Und halt eben auch mit farmen könnte. Also, dann werden wir dann zusammen farmen, die ganz einfach die Hälfte der Hälfte machen. Okay. Was ist denn jetzt dieser Dorfbewohner im Feld? Du bist... Alter, jetzt töte ich den. Weil wenn die dann hier rausrennen und dann lassen die Deppen das Gatterorten... Du darfst die nicht töten. Der droppt nicht in mein Experience, so. Jetzt mal gucken. Ich habe schon eine richtig geile Vorstellung für ein Haus, aber ich wüsste nicht, wo ich ihn bauen soll, so. Meine Minecraft-Sounds backen gerade schon wieder. Ach, ich wollte hier... Okay, jetzt geht's nicht. Ich wollte hier noch mit dem Dreck was machen. Zwar wollte ich es auch nach Glas brennen, fällt mir gerade ein. Löpig brennt das schon, das brennt schon, das ist gut. Es regnet. Ja, im Dschungel auf jeden Fall. In der Wüste merkt man es nicht so. Ich glaube, ich habe es nicht so. Ja, da haben sie es ja ausgemacht, da wollen sie im nächsten Update ausmachen, dass da überhaupt Wasser generiert wird. Achso. Ja. Ja, alles nachgelesen. Naja, ich meine jetzt, ob das so sinnvoll ist. Ja, die, ich glaube, die, wie sie in Brunnen bleiben trotzdem. Komisch, die Dinge, ja. Weil ich sehe unendlich tief, ne? Ne, sind sie nie. Ich glaube, die sind bloß 8 Block oder so. Also zumindest erseufst sie drin, wenn du keine Spitzhacke dabei hast. Wieso? Du kannst dort reinfahren und du kannst ja nicht in der Trau- Raus- Raus- Hochschwimmen, du rechst ja nicht. Geht jetzt nicht um die Dorfbewohnerbrunnen, wo man dann nicht mehr hochschwimmt. Achso, ach du meinst du diese, diese... Na gut, bis dahin habe ich bis jetzt noch nie einen davon gesehen. Gebe ich mal so ehrlich zu. Also wirklich, es wird Nacht und ich bin gerade irgendwo im Dschungel. Also ich bin nicht im Dschungel, ich gehe jetzt auf eine freie Fläche. Hat jemand Kohle? Nö, wollte ich mir eigentlich gerade holen. Ah, der trinkt das hier wirklich. Alter, nee. Sie dagegen. Nein. Doch, lass den an. Nein, scheißegal. Nicht cheaten. Riccardo, hast du Kohle? Ja. Könnte ich mir welche nehmen? Nein. Nein. Leihen. Leihen. Ja, mach ich. Kennst du die Bedeutung von dem Wort? Ich nehme die 18... ...nix als die 9. 9, 9, 9 kriegst du. Also 18 hier liegen. Habe ich mir noch ein Schwert mitgemacht? Schön. Du kriegst doch zwei Dreckblätter. Für mich. Jetzt habe ich wieder was vergessen. Na gut. Ich suche mir jetzt erstmal ein schönes Plättchen für mein Haus. Ich komme erst nochmal zurück. Ich habe jetzt hier ein bisschen Fleisch gefunden, das würde ich erst mal braten, bevor ich hier losmache. Können wir uns ja erstmal kurz schlafen legen, irgendwie? Äh, Raphael, bist du OP? Ich bin OP. Ja, bist du. Nein, hattest du mich letztens vom Server, wo du mich vom Server schmeißen wolltest, musst du... Nein, das ist halt egal. Es ist nämlich so, wir OPs brauchen die Pen. Ja, habe ich gerade gemerkt. Lol. Wieso ist mein Schwert wieder da? Ich hatte... Nein, ich hatte es nicht. Ich habe nur meins. Ich meine... Alter, hat das jetzt gerade geleckt oder warum ist mein Schwert wieder? Das verstehe ich gerade nicht. Ne. Hier, wenn du was zu essen brauchst, kannst du mir die drei Back-Potatoes nehmen. Nein, ich bin selbstständig. Ich brauche keine Hilfe. Es wäre halt eben schön, wenn er ab und zu mal guckt, dass wir irgendwie unsere Farm hier weiter vergrößern können. In der Inkiste hier waren noch Dreckknochen. Bringst du jetzt nicht mehr so viel, aber... Ja, Knochen bringt nichts. Wir brauchen dort erst eher eben hier dieses Gras, bevor wir dort überhaupt dann weiter düngen können. Und das dauert ewig, weil wir uns hier eine Scheißposition dafür ausgesucht haben. Ach, passt schon. Gibt es überhaupt Dürfer außerhalb der Wüste? Ja, es gibt noch Dürfer in der Graslandschaft. Das sind dann die aus Koppelstum. Ja, dann gibt es eigentlich... Oh, ich will keinen. Sonst gibt es eigentlich keine, oder? Ja. Na, irgendwie finde ich fast nur noch welche in der Wüste. Ja, finde ich ruhig. Wir hatten natürlich übelstes Glück mit dieser Weltgeneration. Also Weltgeneration. Ist jetzt nicht so erwartet. Oh, hier auf dem Berg. Das ist ja ein perfekter Platz. Oh, da hinten ist schon wieder Wüste. Da ist Lava. Hm, hm, hm. Ich finde nichts. Hier sind Schafe. Hallo, Schafe. Das ist ja wenigstens ein bisschen Gravel. Cola? So, zurück. Hier ist mein Minecraft ab. Scheiße. Jetzt habe ich die Stoppuhr wieder angemacht und ich habe... Oh, Alter, da habe ich die neu gemacht. Was ist denn das für ein Kack, ey? Oh, mei. Wo ist das? Wo ist das Stand? Ja, als ich mich angerufen habe, da war es bei sechs Minuten. Na, 14 noch, aber stand die. Na, bei mir, ja, will ich jetzt nicht. Bei mir, da läuft der Anruf jetzt schon seit neun Minuten irgendwas. Hoffentlich. Ja. Ja, aber als ich, bei mir stand die bei 14. Ich weiß es nicht. Bei mir bei zehn, also. Ich weiß nicht, wo ich meine Mine anfangen soll, weil ich weiß nicht, ob die Mine... Ich weiß nicht, wo ich meine Mine in mein Haus integriere oder nicht. Machst du einfach. Ich habe es in mein Haus integriert. Ich mache dir jetzt einfach mal hin. Ne, ich will ja ein neues bauen, ne. Super. Ich mache das ganz einfach mal hier hin. Du willst ein neues Haus bauen? Ja. Ich habe Lava gefunden. In der Wüste in irgendein solchen Seen, oder? Ne. Ne? Das kommt ja aus so einem Berg raus geflossen. Geil. Na, davor hatte ich ja schon mal Lava, nur dann bin ich weitergerannt. Wer die Lava? Ja, Eisen. Lol. Mein Mining ist schon wieder ganz gut, ne? Lass mal Eisen finden. So wie es sich gehört. Angeber. Und dann gleich erst mal acht blockt. Acht blockt. Und dahinter gleich mal Kohle, ne? Ich habe Kohle. Und Eisen. Ich habe acht Eisen jetzt gefunden. Geil wäre, wenn ich jetzt so viel 46 Diamanten finde. Geht gar nicht. Ich glaube, die werden gar nicht so hoch generiert. Ne, ich glaube nur 15 bis 16. Ne, 21 bis 16. Ja, gut, so weit haben wir einen Lattel gereicht. Deswegen mache ich es nie mit, leider. Weil wenn es dann irgendwann mal nicht reicht, das ist blöd. Deswegen habe ich jetzt gerade... Da ist, dass ich die eh einfach irgendwo einen Berg reinzumache, ein bisschen abgelegen. Da lohnt sich das doch schon. Ich bin gerade einfach in eine Höhle gegangen. Und ich bin jetzt eigentlich hier auch bloß in die Schneewald reingegangen, äh, in die Graslandschaft reingegangen, weil ich nie in die Wüste anziehen wollte. Ne, da bin ich auch in so einem komischen Berg dort in der Höhle. Weil wenn dann irgendwann diese hier, diese, der Sand dann runterrollt, ne, darauf habe ich keinen Bock. Ich bin ja schon tief genug, dass da kein Sand mehr kommt. Achso, ja, aber... Das denkst du. Ja genau, es ist Minecraft hier, das ist nie so, wie man will. Ich bin mindestens 20 Block unter der Oberfläche. Das denkst du. Und ich bin mit meiner Kirche eigentlich recht tief. Das denkst du. Das denkst du. Es wird dunkler. Das denkst du. Okay, langsam reicht's. Das wird wirklich so, ich seh nix mehr. Fuck, gesetzt. Ich soll dir eigentlich mal wieder zurückkommen, ich brauch nämlich was zu essen. Ja, eventuell. Könnt's ja auch ein Cheater sein. Störbhühnchen. Nein, ist das heilige Huhn. Ich hab ja gerade übelst Kohle gefunden. Ja, nein, nein, nein. Blau. Ich dachte, ich wär ein Zombie. ich sehe ein zombie macht doch nicht welche richtung muss ich nach weiß ich nicht weiß nicht wo du bist du hast eine minimap junge ich sehe nichts mehr ich meine wie ich mein gang gerade weiter voran treibe ich würde mir eigentlich mal ein waypoint hier in dem dorf setzen ich bin auf krasse gestoßen schon so wie ich habe 9 eisen und 15 kohle was sagst du jetzt das macht mehr kohle ich habe ihn schacht gefunden das dingst du schon so ein bisschen auch der ist ich kann nicht trennen nein immer worteller ach du scheiße würde ich das wirklich tun erst mal waypoint setzen boah alter wieso tut es mir in letzter zeit irgendwie meine waypoint hier aushauen ich glaube der minengang hat sich jetzt schon gelohnt also der raumgang wenn ich so ein bisschen ob der sagt ob der fahrt ob der fahrt fahrgabend weil die sind so ein bisschen vorhanden wenn er gar nicht weiter das geht er gar nicht ich hab mir recht wenig Nahrung mitgenommen fällt mir gerade auf da ist ein Zombieswohner legt mich, legt mich am Sack, legt mich einfach nur ok, mein Minecraft ist gerade irgendwie abgesetzt Robby, kannst du zu mir kommen? nein ich bin dafür nicht aufgerüstet ich hab nicht mein Schwert mit er holt dir einen und komm zu mir nein kommst du mit so ein paar Zombies selbst klar das bauen hier 30 Mann auf einmal jetzt sag ich gar nicht, dass er hinterher noch ein Spinn-Sprner ist, Alter spinn-Sprner spinnen, spinner Alter, ich krieg zu viel, ich krieg zu viel das klang ungesund ach du Scheiße wir waren heute im Berufsschulzentrum Essen zum Mittag hat man wirklich gesehen ja, hier wüsste man nicht hin sie sind auf dem Parkplatz draufgefahren ich hatte das Dach auf Auto abgestellt, schon zugemacht wer ist der King, wer findet das Enchanted Book mit Fire Protection 4, Junge? für alle möglichen Sachen oder was? ja, ich glaub jetzt kriegst du eh bloß auf Rüstungszeug drauf Alter Schwede aber für alle möglichen Kleidungsteile ne, irgendwie für... und wer ist der Oberking und findet ne Schlucht? Mama, ist das geil, ey ich bin grad mit nur unter der Schneewelt Alter so weit wollte ich gar nicht ist der noch im Anbruch drin? warte mal, ich muss erstmal in mein Minecraft